hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls70 heimannsegg und zwar bin schon einmal in der letzten folge kalk gestreut bin dann hier auf die hirnhof gefahren für saadgutsalade habe den abgehängt habe die schaufel dran gemacht und da habe ich gedacht weißt du was eigentlich bräuchte ich mir noch einen traktor und da habe ich dann drei kipper getreide weggefahren wenn die reifeise immer raps immer sojabohnen und immer sonneblumen die folge muss ich leider in den müll immer schmeißen weil unser kater hier gemeint hat er müsste golemau und das alles hier am mikro vorbei und hat miaut ja wir wollen dann mal ein paar streicheln anheit da habe ich schon mal so halb schon aufhören und also das sieht man dann jetzt nicht wo ich die ist getreide weggefahren ich wollte jetzt bei der händler und wollte mir den in betrachter hole den 1100er gebraucht der hat 110 ps der komiker 145 man könnte aber auch in 1100 silber distal intercool hole mit 175 ps aber ich würde gerne mal gucken wie der in gebraucht aussieht wir können es auch so machen mit 110 ps ist eigentlich ein bisschen wenig gute frage was machen wir jetzt pflege bereifung na komm mal holen 1100 silber distal intercooler pflege bereifung normale scheibe ausstellscheibe design standart und umrechte braunen von der anbau braunet 76000 umgekauft so dafür gibt es noch die passende spritze verhindert ruf und das kann man gucke da ist er 24.000 da mein profi 24.000 gut die kann man sich dann später noch hole vorhin darauf dann fahren wir jetzt erstmal den hole da ist er gefällt mir jetzt nicht so gefällt mir nicht so naja da ist da 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 die flasche Oder Weinflasch? Die sieht eher aus wie ein Weinflasch. Junge, Junge, Junge. Der Sound ist geil. Wenn die Sandmaschine dran ist, was er dann schaffen muss. Ja, ist bestimmt gut an. Wie gesagt, Ruf Bergmann kommt jetzt vorher, es macht gar nichts mehr. In Folge. Ist jetzt nicht beendet. Da wird dann schon nochmal eng anders kommen. Aber momentan haben wir es schon gar gepackt mit Ruf Bergmann. Weil mit dem Heuerblattere das hat auch nicht funktioniert. Also mit dem Gras in der Heuermark. Da war gar kein Abkippzeichen. Aber eigentlich hätte es eins ändern sollen und müssen. Und ich weiß nicht, was da schon los ist. Und anscheinend haben wir da gar nichts mehr drauf. Jetzt haben wir schon nochmal. Der ist schön gemacht. Der ist schön gemacht. Den ist schön gemacht. Der ist schön gemacht. Ich habe ein Zimmer schüttpen. So, dann brauchen wir nämlich das Hals hin und her abzuhängen. Ah ja, und die Hühnerbottgefahr. Eieieiei. Ah, es gibt da schöne Hühnersuppe. Schön, wie man erkältet ist. Wunderbar. So, das steht von der Leicht hoch. War ja noch gar nicht mehr traurig. So, dann machen wir das Abbauern. So, ich weiß noch nicht mehr bisher. Jetzt würde ich uns an Fresco Day. Ja, und wenn wir mit der Gedankeschön auf der Arbeit hängen. Saatgut. Oh mein. Ja. Da bin ich schon wieder schufbar, wie gesagt. Da haben wir gerade. Aber hast du nicht. Ja. 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 So, wir haben einfach mal ein 10er und haben geguckt. So, Gäste kommt schon mal auf 7. Da kommt ja meist drauf auf 10. Da machen wir dann Gerste drauf, 8 Gerste, 11 Gerste, 6 Raps und 5 Sojabohnen, mal gucken. So, wir haben jetzt noch ein paar Gerste. 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 Ich bin schon so oft langsgefahren, weil da auch ein Silo ist. Fühlschirmwechsel wird, ja. Ah, da kennen wir doch auch so ein... Freilandsilo ist das, ok. Jetzt wollte ich nämlich mal gucken. Gut, gut. Mit dem Gearbox Add-On kann man jetzt ein Update draus bei Mod Hub. Vor ein paar Tagen mache ich mal noch mit Ruf. Ich habe die andere Version schon mit Ruf gehört, das hat aber nicht so ganz funktioniert. Und... Ich mache mal die Version noch mit Ruf. Dann gucke ich mal, ob es jetzt besser funktioniert. Ja, Moa Realistik. Alter Falder, ey. Oh, 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 oh. Ja, Moa Realistik. So, das ist dann voll der Hufjahr. So, dann kommen wir an. Ein bisschen rüber. So, die Gäste haben wir ausgewählt. Schleimermann. Ähm. Ja. Ah. Das ist ja schon belaust. Unsere erste Gasse. Mal sehen. 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 Das ist schon eine 6er, Janine. Ich guck mal ob ich schon noch ein bisschen was kennenzulernen kann. All das Top ist extrem. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal, ich guck mal. Jetzt füicem premier raz mehr, ich guock mal runter verbessert. Ich guck mal, ich guck mal. Aber sagen Tánsvers superhero ist in meinen Leben. Komm. Waffe. so von dem ist ja schon am ende und so ich mache jetzt hier das feld noch ein bisschen fertig weiter jetzt sehen wir uns in der nächsten folge jetzt sind wir jetzt an der 17 herrnmanns bei der dacht ich sage schon mal danke fürs zuschauen ich wünsche euch noch was fahrt langsam was zu verschockt und dann bis zum nächsten mal alle auch bis dahin tschüss